Ja, im Gefängnis war auch einmal so eine Ratserie. Es hat geheißen, das war Ende Oktober. Wir haben eine Verbindung. Es war aber wirklich etwas. Einmal kommt eine Mütter, die drin war im Gefängnis auch. Die hat aber gesagt, wenn etwas passiert, möchtest du mit uns gehen? Da habe ich gesagt, ja, was ist denn? Ja, das ist schon ein Segen. Passt. Und dann angeblich wurde etwas verraten. Es sollten dann zwei Aufseher, die haben aber ein bisschen schon Dings gehabt mit den Kommunisten, haben sie Verbindung gehabt, da hätten sollen zwei oder drei Omnibus kommen und wir wären nachher abgeholt. Und das wurde verraten. Und diese zwei haben sie dann in das Gefängnis, in die Völkermakterstraße und noch ein paar. Und uns haben sie nicht, aber alles durch, durch die ganzen Strohse waren aufgerissen, alles durchsucht. Alles, was wir bei sich gehabt haben, das war alles auf einem Haufen im Hof. Freilich haben sie nichts gefunden. Die haben aber irgendeinen Beweis gesucht. Dann haben wir müssen uns im Gang ein Meter auseinander zu der Wand schauen, nachher in eine Zelle hinein. Dort haben sie, haben wir müssen uns ausziehen, wie so eine Dings und alles durchsucht. Obwohl nicht irgendwo, ich weiß nicht wo, man könnte was verstecken, wenn man nichts mehr anhat. Das hat die Gestapo gemacht. Das war auch so eine bittere Nacht und eine bittere Erfahrung. Man war nicht einmal ein Mensch, nicht einmal, ich weiß nicht, nicht einmal eine Fliege. Die lässt oft einmal, dass sie wegfliegt. Und wir waren Dings, das ist der Wilke. Ja.